Mariano dell'Homo OSB ist ein italienischer Benediktiner und Archivar von Monte Cassino. Außerdem ist er Professor für Geschichte des benediktinischen Mönchtums am Pontificio Ateneus Anselmo, der Benediktiner Universität in Rom. 1979 promovierte er in Rechtswissenschaften an der Universität Neapel, 1981 wurde er Mönch in Monte Cassino. Das Theologiestudium an der römischen Benediktiner Universität S. Anselmo schloss er 1984 ab 2004 folgte das Doktorat in Kirchengeschichte an der Gregorianer, wo er Schüler von Paulius Rabicauskas war. Außerdem absolvierte er den zweijährigen Kurs an der Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica des vatikanischen Geheimarchivs von 1984 bis 1986. An der Universität Cassino lehrte er Diplomatik an der Scuola di Specializzazione per Conservatori di Bene Archivistica e Libraria della Civilta Medivile. Seine zweibändige Veröffentlichung der Urkunden des Monte Cassineser Prioratsan Liberatore alla Maiella, die sich im Archiv der Mutterabtei erhalten haben, stellt wichtige, teils unbekannte Quellen für dieses Gebiet der Aputzen zur Verfügung. Besonders interessant sind die Informationen über die Schriftlichkeit im 10. und 11. Jahrhundert. Veröffentlichungen Le CTS Liberatore alla Maiella Conservate nella Civio di Monte Cassino Vol. i. Introduzione storica, paleografica e archivistica Edizione dei documenti pio anticiere gesti di quelli posteriori di etta medivile acura di Mariano dell'Homo Prefazione di Luigi Pellegrini Monte Cassino 2003 Le CTS Liberatore alla Maiella Conservate nella Civio di Monte Cassino Vol. i. Registri di etta moderna con una giunta sui Signale dei notanelle CTS Liberatore DAL 950 all 1735 Acura di Mariano dell'Homo Monte Cassino 2006 Il Registrum di Pietro Diacono Commentario codico legico, paleografico, diplomatico, Monte Cassino 2000